Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem folgenden Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start, hier in unserer Trophäen Lodge, in der wir ja hier die Steinböcke letzte Woche geschossen haben. Und ich habe übrigens einen zweiten, habt ihr in den Kommentar geschrieben, wusste ich selber nicht, aber heute in Runde hatten wir auch schon, ne? Gut, hat man südöstlich geschossen haben. Ich habe auch unser Super-Rare geschossen, Alter. Ich weiß nicht, bevor ich im Livestream dabei war, nämlich im Livestream im Sabaton einen Super-Rare südöstlichen Steinböcke geschossen. Das kommt aber bestimmt noch als Short-Video online oder ist schon online. Insofern könnt ihr es da auch sehen und müsst nicht traurig sein, wenn ihr es im Livestream verpasst habt. So, aber wir gucken mal, wohin uns das Glücksrad heute schickt, ob wir da zur Steinböcke jagt oder aber was anderes. Das werden wir jetzt feststellen und herausfinden, denn es dreht sich und es ist Park Fernando. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so sehe. Aber wir haben ja schon den Kaffermüffel und das Banteng-Rind. Also zwei, die wir haben. Einer, der uns auch fehlt, beziehungsweise Bison und Dings, glaube ich auch. Aber da hinten, Junge, da ist ja richtig viel los, Alter. Was ist denn da? Da ist ein Siebener. Da ist ein Siebener ebenfalls. Also ihr seht, wo es heute hingeht. Die Reise auf jeden Fall hier auf der Jagd nach dem Wasserbüffel, würde ich sagen. Mal gucken, ob ich von mir glaube ich jetzt spawnen. Da habe ich eigentlich auch einen Büffel spawnen, aber kann sein, dass die nicht reinkommen. Und ja, statt beim Plan, Asina ist dabei. Die wird meine Waffe der Wahl werden, sodass wir da gut gerüstet sind, um dann eben die Klasse 9 Tiere hier auch zu schießen. Haben wir die Woche erst gejagt und das mit der Nitro gemacht. Nur Nitro ohne Visier. Nur eine Nahdistanz möglich. Das geht natürlich nicht so geil. Hier könnte man ja eigentlich schon easy peasy schießen. Aber nur ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt reinhalte, dass die alle aggressiv werden und mich mit 20 Tieren umrennen. Na, da oben zieht auch noch einer. Er zieht aber irgendwo anders hin. Weiß ich, wo er herkam. Aber ist auch noch ein Vierer. Ich will jetzt hinter den Hügel versuchen zu kommen. Wenn man hier immerhin schon mal auf jeden Fall auch einen Dia geschossen. Nämlich einen Halsbandpecari. Das haben wir zum Beispiel schon abgehakt. Hier müssen wir jetzt nicht noch irgendwie in Mexiko oder so in den Büschen da jagen. Ist sonst hier schon passenderweise über den Weg gelaufen. Und das war glaube ich sogar, äh, ist ja wegen mir auf der Flucht wahrscheinlich, ne? Ähm, also weil wir letztes Mal hier auf Parke Fernando waren. Oder zumindest eins der letzten Male. Auf jeden Fall in der Lodge-Folge auch. Da hatten wir echt ganz gutes Glück. Jetzt sind wir hier auch nah genug an. Oh Gott, die gucken schon alle so grimmig, ey. Das wird jetzt hier glaube ich, äh, spaßig. Ja gut, ich werde jetzt versuchen, da einfach ein paar Männchen zu schießen. Da ist ja eh kein, also er ist ganz gut da. Aber, also ein Siebener kann ja kein Dia sein, right? So. Eigentlich egal. Da hinten ist auch noch ein Siebener, glaube ich. Der mit den Hörnern, jawohl. Ja, dann werde ich einfach jetzt hier gucken, dass wir da gut abkommen auf die Tiere. Und da versuchen ein paar zu erwischen. Bei haben wir schon mal. Da dürfte auch noch ein Männlicher sein, I guess. Jetzt kommen natürlich ein paar Aggressive. Zumindest einer. Aber. Den sollten wir zum Stoppen kriegen. Ja, 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 der droppt. Oh, der kommt auch noch zu mir, oder? Der Hund. Der kommt noch zu mir. Der braucht nochmal einen Schuss. Den kriegt er natürlich. Ist ein weiblicher gewesen. Dementsprechend eh egal. Und wir gucken jetzt uns die anderen beiden Männlichen an. Müssen wir mal schauen, wo wir die alle haben. Einer liegt, glaube ich, da vorne schon. Den schnappen wir uns auf jeden Fall. Aber ich habe gerade einen markiert mit dem tödlichen Treffer. Das ist der schon mal nicht, ne? Ne, da unten ist die Schweißpferde. Ah ja, guck mal, der liegt hier. Also haben wir schon mal zwei. Habe ich nur zwei geschossen? Habe ich noch einen dritten geschossen gehabt? Gute Frage. Fragen wir gleich den Hund. Der Hund 148er. Wir sehen 167er als Dia. Damit auch keiner dabei gewesen, der Potenzial hatte. War ja auch kein mythischer oder so dabei. Dementsprechend eh irrelevant. Aber auch der hier Gold 141er. So, jetzt fangen wir mal eben den Hund. Da hinten laufen sie nämlich noch. Die Buffalos. Aber er sucht nach Blut. Findet aber wahrscheinlich nichts, oder? Doch, weinern hätte er schon lange nichts gefunden. Hier, ist noch einer tatsächlich. Blut ist gerade aber sehr niedrig. Also den scheinbar nicht so gut getroffen zu haben. Kann sein, dass der gar nicht verendet. Warnruf eines Axis hier. Das ist doch auch einer, den wir auf jeden Fall nehmen können. Ist ein männlicher auch. Ja, da liegt er auch schon. Ich denke, der weibliche, der liegt, wo ist der männliche, ist die Frage. Aber Axis hier haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. War den, glaube ich, schon geschossen. Also bringt mir der mir auch nicht so viel. Da oben steht der männliche. Steht gerade frei. Also können wir da einmal drauf schießen. Denn die Schweißfette geht eh in die Richtung weiter. Aber ich glaube, der hat jetzt überlebt, um Axis zu sein. Weiß nicht, was ich da getroffen habe. Und die Büffel da hinten. Aber wir gehen besser zu einer nächsten Büffelgruppe, um Axis zu sein, als wenn wir jetzt hier weitermachen. Denn da ist ja kein Pass dabei, den wir brauchen. Wir können jetzt da natürlich ein paar männliche noch rausschießen. Am Ende des Tages mache ich lieber mehr Strecke auf der Chance, noch ein Tier zu finden, als hier jetzt zu viel Zeit zu verschwenden. Aber den Axis, den nehmen wir natürlich mit. Der liegt nämlich hier noch gerade parat. Passenderweise mit einem doppelten Lungentreffer. Na, was machst du denn hier? Ich wollte gerade abhauen hier. Und dann kommst du hier angetrabt, oder was? War das dein Plan? So nicht, Freundchen. So nicht. Bleibt mal schön hier weg. Ich will doch hier gar nicht mehr zu euch. Aber dich nehmen wir noch mit hier. Mit dem Schuss vorne ins Erd. Gehen wir mal hinein in den Sumpf hier. Hier werden wir auch schon direkt begrüßt von der ersten Losung des Wasserbüffels. Allerdings sehr alt. Aber ich habe auch hier irgendwo Bedürfnisgebiete. Aber weiter unten, glaube ich. Da erst. Weiß nicht, ob hier auch welche irgendwo sind. Aber wir haben eigentlich eine ganz gute Sicht. Wenn hier welche sein sollten, dann sehen wir die auch relativ weit. Denn hier kann man die mal ganz gut bejagen. Das war ein bisschen leichter als in den Seen hier. Denn die Seen sind ja auch teilweise schon sehr bewachsen mit Büschen ringsrum. Sind nicht alle so offen wie der, an dem wir gerade gewesen sind. Und dann sehen wir auch schon den ersten da stehen. Nämlich genau da in unserem markierten Trinkgebiet. Auch da ein Siebener dabei und ein Sechser, die ich schon mal sehen kann auf jeden Fall. Also zwei männliche mindestens. Gott. Ich bin klar, was kommt da an? Düst, aber es sind Enten. Wie wir da schnattern hören. Naja, wir müssen mal gucken, wie wir das da am besten jetzt machen. Denn die männlichen stehen wieder so ein bisschen blöd hinten drin. Können wir natürlich so einen schrägen Schuss drauf wagen. Aber der eine dreht jetzt hier sogar schon. Ist er wachsam oder was? Warum guckt er so? Ja, ist aufmerksam tatsächlich. Na gut, dann. Wo er gerade da bereitsteht. Ah, er zieht aber dahinter den anderen her. Oh, bleibt genau da stehen, ne? Eigentlich schöne, freie Trefferfläche. Ja. Müssen beide einen Lungentreffer haben. Er kommt aggressiv auf mich zu. Also, der hier wird da. Einer, den wir noch jagen müssen. Sonst haben wir hier keine Ruhe vor denen. Junge, ich treffe ihn halt nur nicht. Ich treffe ihn halt nicht. Nicht mal, ey, zwei Hits und er hat nicht mal einen guten. Wann hab ich denn da erwischt? Jetzt aber. Jetzt hat er den Lungentreffer. Und den zweiten auch noch. So, erster war Schädel. Zweiter war auch Schädel. Okay, da hab ich zweimal Schädel getroffen. Wie auch immer das funktioniert hat. Aber da unten ist zumindest... Boah, sind da zwei tot? Oder ist da einer tot? Können zwei sein, oder? Nein, eigentlich müssen wir beide gut getroffen haben. Der erste Klip ist ein Hochmelze sein. Weil der halt so verdeckt stand. Ja, liegen auf jeden Fall beide hier. Einer links, einer rechts. So, dass wir uns hier... Die schnappen können. Und irgendwo da hinten hab ich schon wieder das nächste Büffelgebiet. Spätestens da auf jeden Fall. 300 Meter. Müsst du das sogar schon sehen. Da seh ich's auch. Steht nämlich da parat. Und Puma ist auch da. Aber den haben wir grad schon gesehen. Ah, ist nur ein Vierer. Ein weiblicher. Dementsprechend werden wir den ziehen lassen. Und werden uns weiter auf die Büffel fokussieren. Die wir hier eigentlich im Fokus haben. So wie auch den hier, den wir erlegt haben. Einmal mitnehmen den Guten. Auch wieder Gold werden im 152er. Wieder ein schöner Siebener. Und da hinten haben wir zumindest einen Vierer Männlichen gesehen. Ah, ein Sechster steht auch dabei. Okay, also auch ein etwas größerer. Müssen wir halt auch nur wieder in die hassende Distanz kommen. Da ist Pikari. Das juckt uns nicht mehr. Wie gesagt, das haben wir schon geschossen. Da ganz hin sind auch Büffel. Das ist doch schon mal gut. Allerdings. Ah, sieht aus wie Only Female, oder? Kein Männlicher dabei da hinten. Also das für mich dann eher nicht so relevant. Schade Marmelade. Dann werden wir halt uns auf die hier fokussieren. Die auch schon gar nicht mal allzu weit wegstehen. 130 Meter. Die sind echt nicht so scheu, muss man sagen. Da kann man eigentlich ganz gut sich annähern, ne? Wer steht da so ein bisschen blöd jetzt? Wo ist denn der andere Männliche hin? Er ist ja der Sechster. Wo ist denn der Vierer? Ah, da ist der Vierer. Tja, er entern Baum da. Was machen wir mit dir, mein Freund? Was machen wir mit dir? Du ziehst da ein bisschen blöd umher. Oh, er ist aggressiv wieder, ne? Warum sind denn diese weiblichen Linger die ganze Zeit so mega-aggro? Ne, kein Ohr. Wobei hat sogar so einen Treffer, glaube ich. Jetzt aber. Da nochmal den Tödlichen hergesetzt. Und den einen Männlichen zumindest auch ganz gut getroffen, glaube ich. Erstmal bei dem hier auf jeden Fall schauen. Ja, erster Schuss Lunge, zweiter Schuss und dann nochmal Doppel-Lunge. Wie wir da gehittet haben. Dann war dahinten leider kein männlicher Bein, ne? Wir können mal gucken. Schon weggelaufen sind die nicht, aber ne. Immer noch die selben Büffel. Das ist auch das letzte Gebiet, was ich da habe. Ich weiß nicht, ob dahinter noch welche kommen. Müssten wir dann bei Gelegenheit abchecken. Mal da weitergehen. Aber da wird es nicht mehr so geil, ne? Da ist schon mal ein bisschen mehr Waldbereich. Aber irgendwo hin müssen wir ja sowieso. So, die fliehen da vorne, aber ist ja egal, denn unser männlicher Büffel ist davon einer gewesen. Weiß ich nicht. Aber hier liegt erstmal der hier, der mit einem Eiferlung-Treffer auf jeden Fall auch zur Strecke gebracht. Hier ein bisschen aufpassen, dass die uns hier gleich nochmal begrüßen kommen. Ähm, die kleinen Büffel. Äh, ah, da. Ich wollte gerade sagen, ich spotte da irgendeine Ente. Aber ich habe eindeutig ein Büffel gesehen gehabt. Also war ich kurzerhand verwirrt. Aber wie es aussieht, auch da. Nur weibliche, oder? Auf jeden Fall noch ein Trinkgebiet hier, was wir da haben. Ich sehe da nur nichts Gescheites. Auch wieder dabei stehen. Auch wieder, glaube ich, vier weibliche Büffel. Die mir nichts bringen. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne. Um da einmal genauer im Blick zu haben. Weil da vorne stehen aber auch noch welche, oder? Wenn ich es richtig sehe. Bisschen Gras noch im Weg. Wind steht halt auch komplett drauf. Aber ich sage es vermutlich nicht ganz so scheu. Ich habe mich zwar gerade schon gewarnt. Ah, da steht noch einer. Ist aber auch ein weiblicher, wie es aussieht. Jawohl. Nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Der in dem Baum ist ein weiblicher. Nee, von den Hörnern her auch alles weibliche, ne? Also auch wieder so eine Fünfergruppe, wie die, die wir hier forschen hatten in dem Gebiet. Sind allerdings andere. Nur keine für mich. Hier am See habe ich tatsächlich auch Büffel, wie es aussieht. An meinem Enten-Setup hier. Das habe ich hier mein Zelt. Aber die trinken hier tatsächlich genau vor meiner Nase. Und dementsprechend stelle ich mal eben den restlichen See ab. Aber sehe ich jetzt auf die Distanz hier nichts weiter an Büffeln. Die Enten kommen. Aber dann kann ich ja hier mal eben aus der Rennendistanz rauslaufen, dass die hier reinrendern. Ja, und aufgrund der See war sie. Fünf Stück. Sind sogar zwei Siebener dabei. Sechs, oder? Na gut, da ist ja vielleicht sogar noch eine Gruppe. Gehen wir noch ein bisschen weiter weg, ob da noch eine reinrendert. Aber ich glaube, die fünf oder sechs sind es dann. Dann wieder näher dran und Feuer frei mit unserer Asina hier. Denn zwei Siebener nehmen wir natürlich auf jeden Fall gerne. Wenn nicht, schaffe es sogar noch den Fünfer dazu. Wir den Puls ein bisschen regenerieren lassen. Dann holen wir uns die. Ich würde sagen, die Enten haben wir die Enten eigentlich schon hier geschossen auf der Karte. Zimtende, die haben wir auch noch nicht, ne? Haben wir auf jeden Fall noch nicht erlegt. Und vielleicht könnte ich noch gleich so zwei, drei Zimtenden jagen, wenn wir hier eh gerade stehen. Wir erst mal die hier treffen irgendwie. Er ist auf der Flucht, der Fün war. Hat aber Minimum einen guten Hit, denn er droppt relativ schnell. Die anderen, weil da keiner weiß, wo die sind, auf jeden Fall weg. Aber ich glaube, da haben wir schon geschossen, ne? Da waren wir auch mal ein paar Gefänner. Nur und haben an dem irgendeinem See, wo ich auch ein Setup stehen habe, Alter. Hier unten. Da haben wir nämlich unsere Dierzimtende, glaube ich, geschossen gehabt, oder? Kann man nicht auch so viele Dreie angeflogen? Meine. Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Aber ich glaube, ich erinnere mich dunkel, als wir da zum Beispiel schon bei Enten gejagt haben. Und ich glaube auch, dass wir da eine Dierente dabei hatten. So, hier erstmal der Fünferbüffel. Der hat den Treffer bekommen, die Lunge. Jetzt müssen wir gucken, wo die anderen sind. Ich weiß nicht, ob die beide tot sind. Also einer auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir den Zweiten nicht gut getroffen haben, weil der halt so frontal stand. Und wir den nicht gut erwischt haben. Jetzt ist auf jeden Fall ein eintötiger Treffer, aber das ist wahrscheinlich der von dem Ersten gewesen, ne? Anderen Treffer sehe ich nämlich gar nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wohin der hier geflohen ist. Ah ja, wir haben ein Zelt vorbei, sozusagen. Und dann hier in die Pampa hinein. Hat aber mittleren Blutungsgrad. Da hinten wieder ein Pecari. Aber das haben wir ja schon. Da hinten ziehen sie auch. Oh, da ist unser Büffel. Weibliche allerdings. Und ich habe ein männliches Pecari gehört und sehe nur die weiblichen. Das ist auch wieder wild, ne? Aber mein Büffel, der liegt hier auch hinterm Baum und ist hier verendet. Ich gucke nochmal Karte. Ja, jetzt sind beide Toten, ne? Da müssen wir gleich nochmal den Hund da ansetzen. Warte mal, ist hier sogar nicht die Fährte? Ich glaube, die Schweißfäder geht dann nebenher. Hier, Goldwertung bei dem. 151er. Also wir schießen echt keine schlechten Büffel, ne? Viele Siebener dabei. Nur leider nicht die, die wir bräuchten. Sprich, die legendären oder na gut. Ach, da können wir sie auch werden am Ende des Tages ein 3er Pecari. Weg mit dem. Denn wir bleiben jetzt erstmal auf der Schweißfäder hier, die uns noch ein bisschen durch die Wildes hier schicken wird. Sehen halt auch nicht mal, ne? Normalerweise hier auf der offenen Fläche müsstest du ihn ja sehen, wenn er irgendwo zeitnah verendet wäre. Aber ich glaube, der ist auch in den Wald da hinten rein. Den will hier gar nichts irgendwo liegen. Aber hat auch noch logischerweise 75 Prozent. Ist echt bis jetzt Nirvana gelaufen, ne? Das ist ja geisteskrank. Also den, obwohl wir den zweimal getroffen haben sogar, ne? Nicht mal nur einmal, aber zwei Treffer Asina, Muskel, nix gut, diese. Gar nix gut. Das ist wirklich Vollkatastrophe. Oh, da unten, was läuft denn da? Uphalos. Da sind wahrscheinlich dann, ah, da vorne liegt er auch dann. An den Toten vorbei zum Abschied sozusagen laufen hier noch die anderen. Das sind aber die Rehberfläche, die sogar wahrscheinlich von dem See da kommen. Also, gehe ich zumindest stark von aus, dass es die sind, die wir da vertrieben haben. Und er hier ist dann hier endlich, Gott sei Dank, verendet. Und damit noch ein männlicher Würfel. Jetzt nehmen wir Schädeltreffer und dann nochmal, boah, so ein Nackentreffer, aber ohne die Wirbelsäule zu beschädigen. Insofern, nix Gutes dabei rumgekommen. Aber, paar Würfel haben wir geschossen. Auch gute Siebener eigentlich, aber eben kein DIA insofern. Ja, können wir drüber wegsehen, glaube ich, nach den letzten beiden Wochen, wo wir DIA geschossen haben. Jetzt wollen wir dann eine Woche ohne DIA. Das ist natürlich nicht so dramatisch, solange das nicht der Standard wird. Da können wir auch auf den Lope da mal scheißen und die ziehen lassen. Das ist es gewesen, für die Folge. Ich bedankei für's Husehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.